Und ihr? Unser Milan ist ein Magierwischler, der nicht jagdlich geführt wird. Er lebt mit weiteren zwei Hunden, zwei Kaninchen und acht Menschen in einem Haus mit Garten und muss sich so in ein großes Rudel einfügen. Trotzdem wird er natürlich ausgelastet, was nicht bedeutet, dass wir jeden Tag stundenlang mit ihm durch die Wälder pürschen. Wichtig ist Bewegung ohne Frage, aber gerade auch in der Kopfarbeit sehe ich einen großen Anteil, wenn es darum geht, ihn zu beschäftigen. Insbesondere an Tagen, an denen es eben keine stundenlange Prärieausritte gibt, wie zum Beispiel hier, schaut mal, hier sucht Milan ein geliebtes Herrchen, das sich ganz kurz versteckt hat. Dieses Spiel lässt sich auch wunderbar im Haus spielen, woran dann auch besonders die Kinder viel Freude haben. Bis vor kurzem ist er noch mit unserer Galgo-Oma über die Felder gesprintet. Und hier seht ihr Milan auf unserem Hof. Da hat er wirklich viel Platz. Auffällig ist aber, dass er dann trotzdem immer lieber die Nähe zu seinen Menschen behält und sich nicht gern weit entfernt. Und wenn er sehr, sehr müde ist, legt er sich lieber ins Auto, für den Fall, dass wir ihn vielleicht vergessen und er dann noch nicht im Auto ist. Milan kennt übrigens Kaninchen. Aber nicht so, wie ihr es vielleicht vermutet. Er und unsere verstorbene Galgo-Dame Fortuna haben neben ihnen im Garten gegrast. Und ich bin mir nicht sicher, ob Milan sich vielleicht nicht selbst manchmal für ein Kaninchen hält. Gerade bei Fortuna, die unter ihrer Vorbesitzerin jahrelang auf einer Rennbahn Kaninchenfällen hinterherjagte, war ich da immer sehr vorsichtig. Ja, das sind jetzt ein paar Einblicke in Milans draußen Aktivitäten mit uns, mit seiner Familie. Und nach so einem ausgiebigen Spaziergang schläft Milan auf dem Fuße ein. Und nach so einem ausgiebigen Spaziergang. 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 Und nach so einem ausgiebigen Spaziergang.